Yo, Mr. Luzi, Hot 16 Challenge, enjoy Kollege, was sagst du jetzt? Ich steck zwar künstlerisch grad'n bisschen fest Zwischen all dem Hustle dann noch kurz'n frischen Text Bisschen Lava in quadratische Struktur gepresst Kollege, was sagst du jetzt? Ich steck zwar künstlerisch grad'n bisschen fest Zwischen all dem Hustle dann noch kurz'n frischen Text Bisschen Lava in quadratische Struktur gepresst Schreib mal heiße 16 Bars in 72 Stunden Oder schaffst du das, denn die sind zu schnell verschwunden Und das noch dazu mit Video Ich sag dir doch, ist nicht so easy, Bro Zumindest nicht mit so'ner Schreibblockade Aber wenn ich Bock auf Rocken und ein bisschen Zeit habe Dann bin ich natürlich bald wieder in Schwung Kennt ihr meine Chefin? Sie heißt Kunst Jungs, ihr seid zu jung Für so verkalktes Hirn und für der Atmosgeschwund Aber eins ist sicher Wenn du meine Mucke pumpst Ist der Abend für gewöhnlich gut gelungen Der Pneumo hat mich also wirklich nominiert Ich mach das so lang, bis mein Thorax kollabiert Ist nicht was ihr vorhabt, sondern was halt so passiert Luce ist am Mikro und die Coolness erfriert Kollege, was sagst du jetzt? Ich steck zwar künstlerisch grad'n bisschen fest Zwischen all dem Hustle dann noch kurz'n frischen Text Bis ihr Lava in quadratische Struktur gepresst Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.